Du willst eine kaufmännische Ausbildung machen oder eine weiterführende Schule besuchen? Dann bist du auf der Berufsfachschule Wirtschaft genau richtig. Du interessierst dich für Geld, Wirtschaft und möchtest deine Berufschancen verbessern? Die Berufsfachschule Wirtschaft ist eine zweijährige Vollzeitschule mit dem Ziel der mittleren Reife. Die Voraussetzung dafür ist ein Hauptschulabschluss oder das Versetzungszeugnis der 9. Klasse der Real- bzw. Gemeinschaftsschule. Aber selbst wenn du die mittlere Reife schon hast, kannst du an die Wirtschaftsschule kommen, um deine Noten zu verbessern. Mit dem neuen Hauptfach Wirtschaft haben alle Schülerinnen und Schüler gleiche Startbedingungen. Die optimale Mischung aus kaufmännischer Theorie und Praxis macht den Unterschied von unserer Wirtschaftsschule aus. Um ein solides Fundament für die weitere Schul- oder Berufslaufbahn zu haben, bietet unsere Schule ideale Voraussetzungen. Von Klassenlehrerteams über die Schulsozialarbeit bis hin zur praxisnahen Übungsfirma. Ich finde die Wirtschaftsschule sehr gut, da wir dort eine Übungsfirma haben, in der man wie in einem Büro arbeitet. Für die Vorbereitung auf die Arbeitswelt finde ich das super. Wir an der Gustav-und-Schmoller-Schule haben drei Übungsfirmen. Die Bike World, die Style Boulevard und die Firma Kingsport. Eine Übungsfirma ist vergleichbar mit einem Unternehmen, in dem Schüler als Mitarbeiter kaufmännische Tätigkeiten übernehmen. Sie lernen betriebliche Abläufe im Ein- und Verkauf von Handelswaren kennen, zum Beispiel buchen sie Rechnungen und prüfen Kontoauszüge. Wir Lehrer übertragen dabei den Schülern Verantwortung. Das gefällt den Schülern, motiviert sie und das ist eben für beide eine Win-Win-Situation, für Lehrer und für Schüler. Die Lehrer hier sind sehr cool und man kann sich gut helfen lassen. Die Wirtschaftsschule arbeitet mit der Agentur für Arbeit zusammen. Es gibt Ausbildungsbotschafter. Das sind Azubis, die von ihrer Ausbildung berichten, sowie Infoveranstaltungen von Ausbildungsbetrieben. Im Bewerbertraining lernt ihr, wie man Bewerbungen schreibt oder wie Vorstellungsgespräche ablaufen. Mit den Bewerberwochen auf dem richtigen Weg zum Job. Im Fach Ich-Wir-Alle, einem Fach ohne Noten, trainiert ihr eure persönlichen Kompetenzen, Präsentationstechniken und gutes Zeitmanagement. Bei uns an der GVSS lernt man nicht nur für die berufliche Zukunft, sondern auch sein privates Leben. So erfährt man zum Beispiel einiges über die rechtlichen Hintergründe eines Vertrages und lernt, wie man diesen selbstständig abschließen kann. Sich in diesen Bereichen zurechtzufinden ist nicht immer leicht. Dafür gibt es bei uns an der GVSS individuelle Unterstützung, zum Beispiel in Form eines Lerncoachings. Ich finde an der Wirtschaftsschule gut, dass man für sein zukünftiges Berufsleben fit gemacht wird. Und ich finde auch die Frau gut, wenn man da mit Excel arbeitet. Wie funktioniert das Leben und woraus besteht unsere Umwelt? In den Fächern Biologie und Chemie kann man auch an einer kaufmännischen Schule erfahren, was die Welt im Innersten zusammenhält. An der Wirtschaftsschule kann man viel lernen und die Lehrer sind nicht abgüßbereit. Aber auch der Sportunterricht macht sehr viel Spaß. Für die Anmeldung füllt das Online-Formular auf der Homepage aus und schickt dann euer beglaubigtes Zeugnis und den Lebenslauf bis zum 8. März an das Sekretariat. Beste Schule Beste Schule Beste Schule Beste Schule